Ein Luftmassengrenze liegt quer über Deutschland, südlich davon haben wir spüle Hitze, da tut ein Ventilator gut und im Norden ist es ohnehin auf der Rückseite der Luftmassengrenze nur mäßig warm. Aber genau an der Grenze entwickeln sich immer wieder Schauer und Gewitter, das hat auch unsere Live-Game hier in Oberwiesenthal ganz schön eingefangen. Das sind eben nur punktuelle Ereignisse und drumherum ist es einfach nur freundlich. Man sieht es auch auf unserem Strömungsfilm in fünf Kilometern Höhe, dass hier im Norden tendenziell die Luft eben nicht ganz so warm ist wie im Süden. Hier drückt ein Tief bei Spanien die sehr warme Mittelmeerluft herein. Auch in der Nacht wird es in dieser schwillen Luft lokale Schauer und Gewitter geben, auch im Nordosten an der Ostsee streift ein bisschen was entlang. Die Luft sehr mild, meistens 20 bis 15, in Schleswig-Holstein 13 Grad im Verlauf der Nacht, da nehmen diese Schauer und Gewitter tendenziell eher ab. Am Sonntag tagsüber flackern sie wieder auf, vor allen Dingen südlich des Mainz und der Mosel und wenn es hier kracht, dann wird es örtlich heftig. Hier sieht man es, die Energie ist groß, reicht für Hagel, Platzregen und auch für stramme Böen. Im Nordosten klingen die Schauer und Gewitter im Lauf des Vormittags ab. Hier setzt sich ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix durch und auch im Süden ist es abseits der Gewitter recht sonnig. Der Wind meistens aus West bis Nordwest, an der Küste sehr, sehr böig und hier wird es nicht ganz so warm. Mit 19 bis maximal 21 Grad im Süden, am Oberrhein bis zu 31. Am Montag hält sich die Gewitterluft vor allen Dingen hier noch südlich der Donau. Da wird es auch ähnlich heftig wie am Sonntag. Ansonsten viel, viel Sonnenschein, Temperaturen nach wie vor sehr unterschiedlich, 19 bis 30 Grad. Und am Dienstag eigentlich überall in Deutschland viel, viel Sonnenschein. Die Temperaturgegensätze gleichen sich ein bisschen an im Süden bleibt es sehr warm bis heiß.